Bierhacksen, dazu leckere Kartoffeln mit Saugkraut. Datschofen oder Datschofen. Hacksen rein, Wasser rein und eine halbe Flasche Bier rein. Dann unterschiedliche Gemüse. Lobelette vergessen wir auch nicht. Salz natürlich, Ferran, Deckel zu und dann eine Stunde langsam kochen lassen. Nach einer Stunde werden Hacksen rausgefischt, Kasan oder Datschofen sauber gemacht, Tartsbauschpeck, Kartoffeln, Saugkraut, restliches Bier, Pfeffer, Honig umrühren. Hacksen, richtig mit Salz einschmieren, richtig mit Salz einschmieren. Dann Datschofen oder Kasan im Gasgrill oder Backofen, Grillrost oben drauf und auf dieser Grillrost Hacksen drauf. Eine halbe Stunde grillen lassen. Nach einer halben Stunde ist es soweit, ist es soweit. Sieht fantastisch aus und lecker aus. Mosch auf Deutschs zu machen. weht es jetzt nicht in den Kupatan. In Kupatan. In der Kupatan. Wir sind in den Kupatan. Woowen die Bälle sind in die Bälle. In der Kupatan. Vielen Dank.